Hi Kids, ich bin es euer Dennis vom Kieser-Team und es beginnt eine neue Staffel Schlag den Kieserlehrer. Und zwar alles was ihr braucht sind zwei Becher. Ich habe hier in dem Falle zwei Plastikbecher. Ihr könnt auch zwei Pappkaffeebecher nehmen, was ihr gerade so zu Hause habt, aber kein Glas. So, das Spiel heißt Becher schnipsen. Ihr stellt ein Becher auf den Tisch oder hier in dem Falle ich habe eine Tischtennisplatte. Den anderen Becher dreht ihr um und stellt ihn hier auf die Kante. Mit der einen Hand haltet ihr den Becher fest und versucht dann mit zwei Fingern oder mit der Hand, je nachdem wie ihr es am besten könnt, diesen Becher in diesen hochzuschlipsen. Ich zeige es euch einmal. Dreck geschafft. Auf los geht es los. Ich schaue wie viel Versuche ich brauche und dann seid ihr an der Reihe. Okay, auf die Plätze, fertig, los. Drei Versuche. Schaut mal, ob ihr es besser geschafft habt. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.